Ich wollte nur mal kurz ein kleines Video reinballern, mir ist gerade etwas unglaubliches passiert, ihr habt jetzt gerade diesen Uro gesehen und da ist er, das ist genau der da, das ist unfassbar. Aber wir haben einen Häuptling, wir treten gerade einem Häuptling von Minas Morgul gegenüber, das war jetzt einmal so eine Random Aktion und ich möchte jetzt einmal mal was ausprobieren an dem. Also ich meine, wir können den ja nicht, aber es ist unklar, also ich finde das jetzt echt krass gerade. Der ist jetzt hier einfach aufgekackt, das ist voll heavy. Und, äh, wir haben jetzt einfach mal so, mehr oder weniger, ein Häuptling von Minas Morgul um die Ecke gekriegt. Und das finde ich extrem nice irgendwie. Einfach nur dadurch, dass wir die ganze Zeit dabei waren, O-Rux umzubringen. Und wisst ihr was? Wir können den zwar nicht rekrutieren, aber wir beschämen den erstmal brutal. Weil es ist ja natürlich irre geworden, Wahnsinn. Leute, das war jetzt einfach nur mal so zwischendurch, weil, äh, ich bin jetzt einfach nur extrem, ich finde es einfach nur extrem nice, dass das funktioniert hat. Und, äh, jetzt endet, habe ich mir nochmal gedacht, komm, wir seppen jetzt einfach nochmal ins Armee-Menü rein. Ich habe nämlich gedacht, okay, vielleicht ist der immer noch hier, aber, nee, der ist hier unten. Der ist jetzt in, der hat mehr oder weniger seinen Platz als Häuptling verloren. Das ist einfach nur so mal als witziger Funfact einfach mal dazugekommen, dass der hier einfach dabei ist. Und dass man den jetzt auch einfach, dass ich den jetzt einfach rein theoretisch einfach mal rekrutieren kann. Und, äh, ja, das ist es auch eigentlich nur so an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, die Wertung, Abotter. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, bleibt dabei.